Eines kann man wohl festhalten, diese Wahl ist speziell und zwar in jeder Hinsicht. Ein knappes Ergebnis wird ja von vielen Wahlbeobachtern erwartet. Ein Ergebnis, das dann lange nicht feststehen könnte. Und für diesen Fall befürchten viele Amerikaner Unruhen. Die rechtsextremen Milizen, sie sind im Aufwind. Schlägertrupps wie die Proud Boys zum Beispiel fühlen sich vom amerikanischen Präsidenten quasi berufen. Und einige sehen sich schon fast im Bürgerkrieg. Es war ein Wahlkampf im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Kampf, in dem immer seltener Worte die Waffe waren, sondern Gewalt. Trumps Wähler gegen Bidens Wähler, rechts gegen links. In der Stadt Portland in Oregon blieb es nicht bei Verletzten. Ein weißer Nationalist wurde von einem Linksradikalen ermordet, nachdem Demonstranten und Gegendemonstranten aufeinandergestoßen waren. In Michigan vereitelte das FBI die Entführung von Gouverneurin Gretchen Whitmer. Sechs Mitglieder der radikalen Gruppe Wolverine Watchmen wurden festgenommen. Sie hatten offenbar geplant, die Regierung des Bundesstaates zu stürzen. In Kenosha im Bundesstaat Wisconsin erschoss ein 17-Jähriger zwei Demonstranten. Er wollte nach eigener Aussage für Recht und Ordnung sorgen. Mit einem halbautomatischen Gewehr. Recht und Ordnung, die die Polizei in den vergangenen Monaten oftmals nicht garantieren konnte. Immer mehr Amerikaner entschieden deshalb zuletzt. Sie nehmen nicht nur ihr Schicksal in ihre eigenen Hände, sondern vor allem ihre Waffen. Es ist das Comeback der Milizen. Ich will unseren Staat, unser Land verteidigen, unsere Freiheit, unsere Verfassung. Die Pennsylvania Lightfoot Militia ist eine von fünf Milizen im Bundesstaat Pennsylvania allein. Die Männer und Frauen haben Jobs, Familien, doch an Wochenenden streifen sie ihre Uniformen über. Schießübungen, Häuserkampf. Mindestens einmal im Monat treffen sie sich zum Training. Auf Polizei und Armee wollen sie sich nicht verlassen, aber auf ihre Gewehre. Ich würde niemals meine Waffen abgeben, niemals. Genauso wenig, wie man mir verbieten kann, zu sagen, was ich sagen will, oder mein Recht auf einen fairen und zügigen Prozess. Das sagt die Verfassung, das sind einfach Dinge, die mir die Regierung nicht nehmen darf. An diesem Wochenende trainieren die selbsternannten Landesverteidiger stundenlang mit verschiedenen Waffen, vor allem den Wechsel von einer zur anderen. Wenn du dich in einem Feuergefecht befindest, wird früher oder später eine deiner Waffen streiken und du musst in der Lage sein, schnell auf eine andere zurückgreifen zu können. Wir würden es gewissermaßen bevorzugen, die Waffen nicht einzusetzen. Wir sind hier draußen, um zu trainieren, um unsere Fähigkeiten zu verbessern. Aber Training ist das eine, jemanden das Leben zu nehmen, das andere. Und ich hoffe, wir müssen Letzteres nicht tun. Vor Jahren ging es darum, vorbereitet zu sein. Es war eine Vorbereitung oftmals im Geheimen. Doch in diesem Wahljahr, in der aufgeheizten Stimmung, findet der Kampf der Milizen nicht mehr im Verborgenen statt, sondern öffentlich. Sie sehen sich bedroht, das Land bedroht, die öffentliche Ordnung. Proteste auf den Straßen, Krawalle, Plünderungen, ihre Zeit scheint gekommen, angestachelt von immer aggressiveren, schrilleren politischen Tönen. Zu beobachten war das auch am amerikanischen Unabhängigkeitstag in diesem Sommer. Sie waren gekommen, um ihr Land zu verteidigen. Mit allen Mitteln. Milizionäre aus Pennsylvania, Virginia, Maryland, sind in der Stadt Gettysburg unterwegs. Sie sehen die Vereinigten Staaten in einer Art Kriegszustand. Es ist ein Kampf der Linken gegen uns normale Amerikaner. Die wollen unsere Geschichte zerstören, wir wollen sie bewahren. Und dafür haben die Milizionäre aufgerüstet. Halbautomatische Gewehre, wohin man blickt. Es wirkte, als hätten sie die Kontrolle in der Stadt übernommen, wie hier am Eingang zum Nationalfriedhof. Sie patrouillierten, sie beteten, die Waffen immer griffbereit. Auf den Schlachtfeldern von Gettysburg starben im Bürgerkrieg so viele Soldaten der Nord- und Südstaaten wie nirgendwo sonst im Land. Jetzt fahren die Gewehre zurück, ganze Wagenladungen an Milizionären. Es war eine Machtdemonstration. Sie sagen, sie wollen die Denkmäler verteidigen, das Land generell, gegen die Feinde von innen und das auch mit Waffengewalt. Wenn die hier aufkreuzen und den ersten Stein werfen, wenn sie uns attackieren, definitiv werde ich meine Waffe einsetzen. Ich habe kein Problem damit. Entweder sie oder ich. Ich zögere keine Sekunden. Linke Demonstranten hatten im Vorfeld angekündigt, US-Flaggen in Gettysburg zu verbrennen. Von ihnen jedoch war weit und breit nichts zu sehen. Stattdessen tauchen weiße Nationalisten auf, das Hakenkreuz auf den Hals tätowiert. Dass der 4. Juli ein Feiertag ist, der Feiertag der Amerikaner schlechthin, davon war hier nichts zu spüren. Auch das Fahnenmeer konnte darüber nicht hinwegtäuschen. Wie viele Milizen insgesamt in den USA operieren, ist schwer zu sagen. 300 sind momentan in einem öffentlichen Register zu finden. Es dürften in der politisch aufgeheizten Stimmung der Trump-Präsidentschaft noch mal einige dazugekommen sein. Von der NFAC hatte bis zu diesem Spätsommer auch kaum ein Amerikaner gehört. Doch dann marschierten die Männer und Frauen in schwarz in Louisville, Kentucky auf. Eine rein afroamerikanische Miliz. Genauso schwer bewaffnet wie die bekannteren weißen Milizen. Ich finde, sagt sie, so weit hätte es eigentlich nicht kommen dürfen. Aber so ist es nun mal. Und ich hoffe nur, dass es friedlich bleibt und dass nicht irgendetwas Verrücktes passiert. Es geht um Gerechtigkeit für alle Beteiligten. Dann fallen Schüsse. Woher sie kommen, ist zunächst unklar. Bis sich herausstellt, aus Versehen haben sich Kugeln aus einer Waffe gelöst. Zwei Milizionäre werden getroffen und leicht verletzt. Kein vorsätzlicher Angriff. Es kommt dennoch zu Reibereien am Rande, als ein weißer Gegendemonstrant auftaucht und ebenfalls bewaffnet ist. Schwarze Milizen für schwarze Amerikaner, weiße Milizen für weiße Amerikaner. So scheint es. Unsere Mitglieder sind aus dem ganzen Land. Aus Florida, aus New York, North Carolina. Wir haben das hier alles abgestimmt mit dem Bürgermeister, der Polizei, der Staatsanwaltschaft, damit das ein historischer Tag wird und wir die Gemeinschaft stärken und friedlich verändern. Der Marsch durch die Stadt wirkt jedoch eher martialisch. Es ist ein klares Zeichen auch an den Staat. Wir sind hier, um unsere Interessen, unsere Rechte zu verteidigen, mit allen Mitteln. Es ist ein Amerika, das die Welt in den letzten Jahrzehnten so nicht erlebt hat.